Der Narr liest Lebendig begraben von Edgar Allan Poe Es gibt Themen, die für unseren Geist stets von Interesse sein werden, die aber zu entsetzlich sind, als dass die Dichtung sie behandeln könnte. Der Romanschreiber muss sie vermeiden, wenn er nicht in die Gefahr geraten will, Abscheu und Ekel zu erwecken. Sie sind nur dann möglich, wenn Ernst und Majestät des Todes sie heiligen und stützen. Welch angenehmes Gruseln fühlen wir zum Beispiel bei dem Bericht des Überganges über die Beresina, des Erdbebens von Lissabon, der Pest in London, der Metzeleien der Bartholomeusnacht oder des Erstickungstodes, der 123 Gefangenen im Schwarzen Loch von Kalkutta. Doch in allen diesen Berichten ist es die Tatsache, ist es die Wirklichkeit, das geschichtliche Ereignis das aufregt. Als Dichtungen würden wir sie nur mit Abscheu betrachten. Ich habe hier einige wenige der großen und folgenreichen Unglücksfälle erwähnt, in diesen aber ist es ebenso sehr die Größe wie die Art des Unglücks, was auf unsere Fantasie so lebhaften Eindruck macht. Ich brauche dem Leser nicht vorzuhalten, dass ich aus dem langen und schaurigen Register menschlichen Elends manchen Einzelfall hätte herausgreifen können, der leidvoller gewesen ist als irgendeiner dieser Massentode. Das wahre Elend, das tiefste Weh, erlebt der Einzelne, nicht die Gesamtheit. Und dass das Fürchterlichste, der Todeskampf, vom Einzelnen und nicht von der Gesamtheit getragen wird, dafür lasst uns dem barmherzigen Gott danken. Lebendig begraben zu werden, ist ohne Frage die grauenvollste aller Martern, die je dem Sterblichen beschieden wurde. Dass es häufig, sehr häufig vorgekommen ist, wird von keinem Denkenden bestritten werden. Die Grenzen, die Leben und Tod scheiden, sind unbestimmt und dunkel. Wer kann sagen, wo das eine endet und das andere beginnt? Wir wissen, dass es Krankheitsfälle gibt, in denen ein völliger Stillstand all der sichtbaren Lebensfunktionen eintritt, und dennoch ist dieser Stillstand nur eine Pause, nur ein zeitweiliges Aussetzen des unbegreiflichen Mechanismus. Einige Zeit vergeht, und eine unsichtbare, geheimnisvolle Ursache setzt die zauberhaften Schwingen, das gespenstische Räderwerk wieder in Bewegung. Die silberne Seite war nicht zerrissen, der goldene Bogen war nicht unrettbar zerbrochen. Wo aber war währenddessen die Seele? Doch abgesehen von der logischen Schlussfolgerung a priori, dass solche Ereignisse auch ihre Folgen haben müssen, dass diese wohlbekannten Fälle von Scheintod, selbstredend hier und da, zu einem vorzeitigen Begräbnis führen müssen, abgesehen von dieser Betrachtung, haben wir das direkte Zeugnis der Ärzte und der Erfahrung als Beweis, dass zahlreiche solcher Begräbnisse stattgefunden haben. Ich kann auf Verlangen sofort hundert authentisch erwiesene Fälle anführen, einer derselben, dessen eigenartige Umstände einigen meiner Leser noch frisch im Gedächtnis sein dürften, ereignete sich vor nicht allzu langer Zeit in der benachbarten Stadt Baltimore, wo er in allen Kreisen tiefe und schmerzliche Aufregung hervorrief. Die Frau eines der angesehensten Bürger, berühmten Advokaten und Kongressmitgliedes, wurde von einer plötzlichen und unerklärlichen Krankheit befallen, an der die Kunst der Ärzte scheiterte. Nach schrecklichen Leiden starb sie oder wurde wenigstens für tot gehalten. Nicht einer vermutete, dass sie nur Scheintod sei, nicht einer hatte Grund dazu. Sie zeigte alle üblichen Merkmale des Todes, das Gesicht hatte die bekannten verkniffenen und eingesunkenen Züge, die Lippen hatten Marmorblässe, die Augen waren glanzlos, sie hatte weder Blutwärme noch Pulsschlag. Drei Tage blieb der Körper unbeerdigt, und in dieser Zeit war er zur Eiseskälte erstarrt. Man beeilte die Bestattung, weil die vermeintliche Zersetzung so rasche Fortschritte machte. Die Dame wurde in der Familiengruft beigesetzt, und drei Jahre lang blieb diese unberührt. Nach Ablauf dieser Frist wurde sie zur Aufnahme eines Sarkophags geöffnet, aber ach, welch furchtbarer Schlag erwartete den Gatten, der eigenhändig das Tor aufschloß, als die Türflügel nach außen aufflogen, sank ein weiß gekleidetes Etwas ihm klappernd in die Arme. Es war das Totenskelett seines Weibes in dem noch unverwessten Leichenkleid. Sorgfältige Nachforschungen ergaben, dass sie zwei Tage nach ihrem Begräbnis wieder erwacht und dass der Sarg infolge ihrer verzweifelten Befreiungsversuche von der Bahre abgestürzt und zerbrochen war, sodass sie ihm entsteigen konnte. Eine Öllampe, die zufällig gefüllt in der Gruft zurückgelassen worden war, stand leer, das Öl konnte aber auch verdunstet sein, auf der obersten Stufe der Treppe, die zur Totenkammer hinabführte, lag ein Teil des Sarges, mit dem sie wahrscheinlich gegen das Eisentor geschlagen hatte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bei dieser Tätigkeit hatte sie vermutlich eine Ohnmacht oder auch infolge des Grauens der Tod befallen. Beim Niedersinken verfing sich ihr Leichenhemd in irgendeinem vorstehenden Eisenteil des Tores. So blieb sie, und so verweste sie, aufrecht. Im Jahre 1810 ereignete sich in Frankreich ein vorzeitiges Begräbnis von so seltsamen Umständen, dass sie die Behauptung rechtfertigen, die Wirklichkeit ist oft seltsamer als alle Dichtung. Die Heldin der Geschichte war ein Fräulein Victorine Lafourcade, ein junges, sehr schönes Mädchen aus vornehmer und wohlhabender Familie. Unter ihren zahlreichen Verehrern war auch ein Herr Julien Besut, ein armer Gelehrter oder Literat aus Paris. Sein Talent und sein einnehmendes Wesen hatten die Aufmerksamkeit der Erbin erregt, die ihn aufrichtig geliebt zu haben scheint. Ihr Familienstolz bewog sie schließlich aber doch, ihn abzuweisen und einen Herrn Renel zu heiraten, einen Bankier und gewandten Diplomaten. Nach der Hochzeit aber vernachlässigte sie der Gatte, ja, misshandelte sie wohl gar, und nach einigen leidvollen Jahren starb sie. Wenigstens glich ihr Zustand so ganz dem Tod, dass jeder, der sie sah, sich täuschen ließ. Sie wurde begraben, nicht in einer Gruft, sondern in einer gewöhnlichen Grabstätte ihres Heimatdorfes. Voll Verzweiflung und entflammt von der Erinnerung an ihre tiefe Zuneigung reist der abgewiesene Freier von der Hauptstadt nach der entlegenen Provinz zu jenem Dorf, in der romantischen Absicht, die Leiche auszugraben und sich in den Besitz ihrer wunderbaren Locken zu setzen. Er findet das Grab. Um Mitternacht legt er den Sarg von der Erde bloß, öffnet ihn und ist dabei, das Haar abzuschneiden, als er innehält, denn die geliebten Augen öffnen sich. Man hatte die junge Frau lebendig begraben, die Lebenskraft war noch nicht ganz entwichen, und die Liebkosungen ihres Getreuen erweckten sie aus der Lethargie, die man irrtümlich für tot gehalten. In wahnsinniger Freude trug er sie nach seiner Wohnung im Dorfe, wo er, der einige medizinische Kenntnisse hatte, ihr allerlei Belebungsmittel einflößte. Endlich erholte sie sich, sie erkannte ihren Erretter, sie blieb bei ihm, bis sie ihre frühere Gesundheit wieder erlangt hatte, ihr Frauenherz war nicht von Eisen, und dieser letzte Liebesbeweis erweichte es. Sie gab es Bursuit zu eigen, sie kehrte nicht zu ihrem Gatten zurück, sondern verbarg ihm ihre Auferstehung und entfloh mit dem Geliebten nach Amerika. Zwanzig Jahre später kamen die beiden wieder nach Frankreich in der Überzeugung, die Zeit habe das Äußere der Frau so sehr verändert, dass ihre Angehörigen sie nicht wiedererkennen würden. Sie irrten sich jedoch, denn bei der ersten Begegnung erkannte Herr Renell sein Weib und erhob Anspruch auf sie. Sie weigerte sich aber, zu ihm zurückzukehren, und das Gericht gab ihr Recht, indem es entschied, dass die besonderen Umstände und die lange Reihe von Jahren nicht nur billigerweise, sondern auch gesetzlich die Rechte des Gatten ausgelöscht hätten. Die Leipziger Chirurgische Zeitung, eine bedeutende und angesehene Zeitschrift, von der man wünschen möchte, dass sie in unsere Sprache übersetzt auch in Amerika erschiene, berichtet in einer der letzten Nummern ein ähnliches Ereignis, furchtbarer Art. Ein Artillerieoffizier von prächtiger Gestalt und von robuster Gesundheit wurde von einem störrischen Pferde abgeworfen und trug eine äußerst schwere Kopfwunde davon, die ihm sofort das Bewusstsein nahm. Er hatte eine leichte Schädelfraktur, doch schien keine direkte Gefahr vorhanden. Die Trepanierung war erfolgreich, man ließ ihn zur Ader und viele anderen Linderungsmittel wurden angewandt. Trotz alledem nahm die Betäubung, die Erstarrung mehr und mehr zu und schließlich hielt man ihn für tot. Es war warmes Wetter und er wurde mit fast unziemlicher Eile zur Grabe getragen. Das geschah an einem Donnerstag. Am darauf folgenden Sonntag war der Friedhof wie üblich sehr besucht und um die Mittagszeit brachte ein Bauer die ganze Menge in Aufruhr mit der Behauptung, während er auf dem Grabe des Offiziers gesessen, habe sich die Erde unter ihm bewegt. Als Suche, sich jemand herauszuarbeiten. Zunächst schenkte man der Versicherung des Mannes keinen Glauben, aber sein sichtliches Entsetzen und die Hartnäckigkeit, mit der er bei seiner Aussage verblieb, machten zum Schluss doch Eindruck auf die Menge. Man schaffte Eilends Spaten herbei und das nur oberflächlich zugeschüttete Grab war in wenigen Minuten so weit bloß gelegt, dass der Kopf des Eingesagten sichtbar war. Er schien tot zu sein, aber er saß aufrecht in seinem Sarg, dessen Deckel er bei seinen wütenden Befreiungsversuchen teilweise abgehoben hatte. Er wurde sofort ins nächste Hospital gebracht, wo man konstatierte, dass er, wenngleich in tiefer Ohnmacht, noch am Leben sei. Nach einigen Stunden erwachte er, erkannte die an sein Lager geeilten Freunde und sprach in abgerissenen Sätzen von seinen Befreiungsversuchen im Grabe. Aus dem, was er sagte, ging hervor, dass er im Grabe mehr als eine Stunde wach gewesen sein musste, ehe ihn das Bewusstsein verließ. Das Grab war nur oberflächlich, mit sehr lockerer Erde angefüllt und ließ daher der Luft etwas zutritt. Er hörte die Schritte der Menge über sich und versuchte seinerseits, sich hörbar zu machen. Er war der Meinung, das Geräusch der vielen Schritte habe ihn erweckt, doch kaum erwacht, gewahrte er mit namenlosem Entsetzen seine schreckliche Lage. Dieser Patient, hieß es in dem Bericht weiter, erholte sich wieder und es schien, als wäre er ganz gesunden, da wurde er das Opfer eines medizinischen Experiments. Man wendete die galvanische Batterie bei ihm an und er verstarb plötzlich in einem Paroxysmus, wie dieses Verfahren ihn manchmal zur Folge hat. Bei Erwähnung der galvanischen Batterie fällt mir ein wohlbekannter und ganz seltsamer Fall ein, die Tatsache nämlich, dass ihre Anwendung bei einem jungen Londoner Advokaten, der bereits zwei Tage begraben gelegen hatte, diesen wieder ins Leben zurückrief. Das geschah im Jahre 1831 und machte überall, wo die Rede davon war, großes Aufsehen. Der Patient, Herr Edward Stapleton, war anscheinend an Typhus gestorben, doch unter eigenartigen Begleitumständen, welche die Neugier seiner Ärzte erregt hatten. Nach seinem Hinscheiden ersuchte man die Verwandten, eine Sezierung der Leiche zu gestatten, was aber abgelehnt wurde. Wie das nach solcher Weigerung oft geschieht, beschlossen die Ärzte, den Leichnam auszugraben und dennoch heimlich zu sezieren. Man einigte sich mit einer Bande von Leichenräubern, wie sie in London nicht selten sind, und in der Nacht, nach dem Begräbnis, wurde die angebliche Leiche aus ihrem achtfußtiefen Grabe hervorgeholt und in das Operationszimmer eines Privatspitals gebracht. Ein ziemlich großer Schnitt in den Unterleib zeigte, dass das Fleisch noch frisch und unverwest war und brachte die Ärzte auf den Einfall, die galvanische Batterie anzuwenden. Ein Experiment folgte dem anderen und hatte die üblichen Wirkungen, die nur in zwei Fällen den konvulsivischen Zuckungen ein mehr als gewöhnliches Leben gaben. Es wurde spät, der Tag dämmerte und man hielt es für ratsam, endlich die Sektion vorzunehmen. Ein Student jedoch, der gern eine eigene Theorie erproben wollte, bestand darauf, die Batterie auf einen der Brustmuskel anzuwenden. Man machte schnell einen Schnitt und brachte einen Draht in Kontakt mit dem Muskel. Da plötzlich erhob sich der Patient mit einer schnellen, doch keineswegs konvulsivischen Bewegung vom Tisch, Schritt in die Mitte des Zimmers, blickte sekundenlang unsicher umher und sprach. Was er sagte, war nicht zu verstehen, aber er äußerte Worte, bildete Silben. Als er gesprochen hatte, fiel er schwer zu Boden. Einen Augenblick waren alle gelähmt vor Entsetzen, doch das Bewusstsein, das hier rasch eingegriffen werden müsse, gab ihnen bald die Geistesgegenwart zurück. Man entdeckte, dass Herr Stäbelten ohnmächtig, aber am Leben war. Nach Anwendung von Äther erwachte er und konnte schnell wiederhergestellt und seinen Verwandten zurückgegeben werden. Ihr Erstaunen, ihre namenlose Verwunderung, sei hier verschwiegen. Das Unerhörteste aber an dem ganzen Ereignis ist, was Herr Stäbelten selbst berichtet. Er erklärt, die ganze Zeit über nie völlig besinnungslos gewesen zu sein, sondern, wenn auch unklar und verwirrt, alles gewusst zu haben, was mit ihm vorging, vom Augenblick an, da die Ärzte ihn für tot erklärten, bis zu dem, da er im Hospital ohnmächtig zu Boden sank. Ich lebe, waren die unverständlichen Worte, die er, als er vom Seziertisch heruntertaumelte, in seiner äußersten Not herausstieß. Es wäre ein leichtes, noch viele solche Geschichten anzuführen, ich unterlasse es aber, denn wir bedürfen ihre nicht zur Feststellung der Tatsache, dass verfrühte Begräbnisse stattfinden. Wenn wir bedenken, wie selten es naturgemäß in unserer Macht liegt, solche Fälle aufzudecken, so müssen wir zugeben, dass sie häufig genug ohne unser Wissen vorkommen. Tatsächlich finden kaum je in einem Friedhof umfangreiche Umgrabungen statt, ohne das Skelette aufgefunden wären, deren Haltung die fürchterlichsten Vermutungen rechtfertigt. Fürchterlich die Vermutung doch, fürchterlicher noch das Schicksal selbst. Es ist nicht zu viel gesagt mit der Behauptung, dass kein Ereignis so grauenvoll geeignet ist, Leib und Seele aufs Äußerste zu schrecken, wie das lebendig begraben sein. Der unerträgliche, atemraubende Druck, die erstickenden Dünste der feuchten Erde, das hemmende Leichengewand, die harte Enge des schmalen Hauses, das Dunkel vollkommener Nacht, die alles verschlingende Woge ewiger Stille, die unsichtbare, doch fühlbare Nähe des Eroberers Wurm, diese Dinge und der Gedanke, dass droben die Gräser im Winde wehen und die Erinnerung an liebe Freunde, die, wenn sie nur unser Schicksal ahnten, zu unserer Rettung herbeieilen würden und das Bewusstsein, dass sie dieses Schicksal nie erfahren werden, dass wir ohne alle Hoffnung zu den wirklich Toten zählen, diese Betrachtungen, sage ich, tragen in das noch pulsende Herz ein so namenloses Grauen, wie selbst die stärkste Fantasie es nicht beschreiben kann. Gibt es auf Erden ähnlich Grauenvolles, können wir uns selbst für die tiefste Hölle solche Schrecken träumen? Und daher begegnet man derartigen Berichten mit so besonderem Interesse, aber einem Interesse, das ganz von unserem Glauben an die Wahrheit des geschilderten Ereignisses abhängig ist, was ich jetzt erzählen will, habe ich selbst am eigenen Leibe erfahren. Ich war jahrelang den Anfällen jener seltsamen Krankheit unterworfen, der die Ärzte in Ermangelung einer treffenden Bezeichnung den Namen Katalepsie gegeben haben. Obgleich die mittelbaren und unmittelbaren Ursachen fast unbekannt sind, ja sogar die Krankheitsdiagnose selbst noch dunkel ist, so sind doch ihre äußerlich wahrnehmbaren Merkmale zu Genüge bekannt. Ihre Haupteigenschaft besteht in der Verschiedenartigkeit ihrer Anfälle. Manchmal liegt der Patient nur einen Tag oder selbst kürzere Zeit in vollständiger Lethargie, Er ist gefühllos und regungslos, aber der Herzschlag ist noch schwach fühlbar, der Körper ist noch ein wenig warm, ein leichtes Rot färbt die Wangen und wenn man den Lippen einen Spiegel nähert, so kann man ein träges, unregelmäßiges Atmen wahrnehmen. Dann wieder dauert dieser Zustand Wochen, ja Monate und dann vermögen die sorgfältigsten ärztlichen Untersuchungen nicht mehr einen Unterschied festzustellen zwischen dem Zustand des Kranken und dem, was wir als Tod bezeichnen. Sehr häufig wird er nur dadurch vor vorzeitigem Begrabenwerden bewahrt, dass seine Freunde von früheren kataleptischen Anfällen wissen und daher argwöhnisch sind und vor allem dadurch, dass keine Verwesung eintritt. Die Krankheit macht glücklicherweise nur langsame Fortschritte, schon ihre ersten Anzeichen sind unzweideutiger Natur. Nach und nach werden die Anfälle stärker und dauern von Mal zu Mal länger, hierin hauptsächlich liegt die Sicherheit vor einem allzu frühen Begrabenwerden, der Unglückselige, dessen erster Anfall bereits die Heftigkeit des Letzten hätte, würde unvermeidlich lebendig zu Grabe getragen. Mein eigener Fall wich in nichts von den in medizinischen Büchern geschilderten Fällen ab. Ohne ersichtliche Ursache überfiel mich hier und da ein ohnmachtartiger Zustand, in dem ich ohne Schmerzen und reglos, ja ohne Denkvermögen verharrte, immer aber mit dem schwachen Bewusstsein dessen, was an meinem Lager vorging, bis ich ganz plötzlich wieder zu vollem Bewusstsein erwachte. Zu anderen Zeiten packte es mich rasch und ungestüm, mir wurde übel, mich fröstelte und ein Schwindelanfall warf mich rasch zu Boden. Dann war wochenlang alles um mich her, leer und stumm und schwarz und das Weltall wurde zum Nichts. Es war der vollkommene Tod. Aus diesen letzteren Anfällen aber erwachte ich weit langsamer, als ich davon befallen wurde, gleich wie dem Freund und heimatlosen Bettler, der die lange, einsame Winternacht durch die Straßen irrt, die Morgendämmerung nur zögernd, nur ganz allmählich und doch wie beglückend erscheint, gerade so kehrte das Licht meiner Seele zurück. Abgesehen von diesen kataleptischen Anfällen schien mein Gesundheitszustand gut und keiner Beeinflussung durch diese Krankheit unterworfen, bis auf eine gewisse Eigentümlichkeit meines gewöhnlichen Schlafes. Wenn ich erwachte, war ich nie sofort Herr meiner Sinne, sondern blieb minutenlang erschreckt und verwirrt, die geistigen Fähigkeiten, besonders das Gedächtnis, waren wie gelähmt. In all meinem Leiden gab es kaum physische Schmerzen, aber eine unerträgliche seelische Depression. Meine Fantasie sah nichts als Leichen. Ich sprach von Würmerngrab und Leichenstein, ich versank in Träumereien über den Tod und war von der düsteren Ahnung erfasst, einmal lebendig begraben zu werden. Diese gespenstische Gefahr verfolgte mich Tag und Nacht, bei Tag quälten mich grausige Grübeleien, des Nachts war ich dem Wahnsinn nahe, wenn Dunkelheit sich über die Erde bereitete, schreckten mich die Gedanken und ich bebte, bebte wie die schwankenden Federn auf den Köpfen der Pferde beim Leichenbegängnis. Wenn ich mich nicht mehr wachhalten konnte, so kostete es mich einen Kampf, schlafen zu gehen, denn mir grauste bei dem Gedanken, ich könne mich beim Erwachen im Grabe wiederfinden. Wenn ich schließlich in Schlummer sank, so vermochte ich es nur, um sogleich in einem Meer von Fantasien zu versinken, das überschattet wurde von den riesigen schwarzen Schwingen jenes eines Grabgedankens. Aus den zahllosen, düsteren Bildern, die mich in Träumen ängstigten, will ich nur eine einzige Vision berichten. Mir war, als läge ich in einer Erstarrung, die tiefer war und länger dauerte als je vorher. Da plötzlich legte sich eine eisige Hand auf meine Stirn und eine ungeduldige Stimme rasselte mir ins Ohr. Steh auf! Ich saß aufrecht. Es war völlig finster. Ich konnte die Gestalt nicht sehen, die mich geweckt hatte. Ich konnte mich weder erinnern, wann dieser Anfall mich erfasst hatte, noch wo ich mich überhaupt befand. Ich harte regungslos und mühte mich, meine Gedanken zu sammeln, aber die kalte Faust packte mich wild am Handgelenk und schüttelte mich und die rasselnde Stimme sagte von Neuem, Steh auf! gebot ich dir nicht aufzustehen! Wer bist du? fragte ich. Ich habe keinen Namen dort, wo ich hause, erwiderte die Stimme klagend. Ich war sterblich und bin doch Dämon, ich war unbarmherzig und bin mit Leid. Du fühlst, dass ich schaudere, meine Zähne klappern aber nicht, weil die Nacht so frostig ist, die endlose Nacht. Doch dies Grauen dieser Ekel ist unerträglich, wie kannst du ruhig schlafen? Ich kann nicht Ruhe finden vor dem Schrei der Todesängste. Diese Seufzer sind mehr, als ich ertragen kann. Steh auf, komm mit mir hinaus in die Nacht und lass mich dir die Gräber öffnen. Ist dieser Anblick nicht ein furchtbar weh? See? Ich blickte und die unsichtbare Gestalt, die mich noch immer an der Hand hielt, hatte die Gräber der ganzen Menschheit aufgeworfen und aus einem jeden Drang ein schwacher Phosphorschein der Verwesung, so daß ich in den tiefsten Schlund hinabsehen und die eingesagten Leichen in ihrem trauervollen Schlafe mit den Würmern schauen konnte, ach, der wirklichen Schläfer waren es Millionen weniger als der Wachenden und da war ein Kämpfen und Wehren und eine allgemeine schmerzliche Unruhe und aus den Tiefen der zahllosen Gruben drang das melancholische Rauschen der Totenhemden und unter denen, die still zu ruhen schienen, sah ich, daß viele mehr oder weniger die kalte, unbequeme Lage, in der man sie hinabgesenkt, verändert hatten, und wie ich blickte, sagte die Stimme von Neuem, ist es nicht, ist es nicht ein schmerzlicher Anblick? Doch ehe ich die Antwort finden konnte, hatte die Gestalt meine Hand losgelassen, der Phosphorschein erlosch, und die Gräber schlossen sich plötzlich, aus ihrem Inneren aber erhob sich ein Chaos verzweifelter Schreie, und wieder klang es, ist es nicht, oh Gott, ist es nicht ein schmerzlicher Anblick? Solche Nachtfantasien übten auch auf meine Wachenstunden ihren entsetzlichen Einfluss, meine Nerven waren völlig zerrüttet, und ich war die Beute ewigen Grauens, ich wagte mich weder zu Fuß noch zu Pferd aus dem Hause, von dem ich mich nicht mehr entfernen wollte, um stets in der Nähe derer zu sein, die meine Neigung zu kataleptischen Anfällen kannten, hätte es sich andernfalls nicht ereignen können, dass ich begraben wurde, ehe mein wahrer Zustand festgestellt werden konnte? Ich fürchtete, ein Anfall von außergewöhnlich langer Dauer könne sie an meinem Wiedererwachen zweifeln lassen, ich ging sogar so weit zu argwöhnen, man werde sich freuen, in einem besonders hartnäckigen Anfall willkommene Gelegenheit zu finden, sich meiner zu entledigen. Vergebens versuchten sie mich mit feierlichen Versprechungen zu beruhigen, ich nahm ihnen die heiligsten Schwüre ab, mich unter keinen Umständen eher zu begraben, als bis die Verwesung so weit fortgeschritten wäre, dass ein längeres Lagern unmöglich sei, und selbst dann noch wollte meine tödliche Angst keiner Vernunft gehorchen, keinen Trost annehmen. Ich traf eine Reihe mühsamer Vorsichtsmaßregeln, unter anderem ließ ich die Familiengruft so umbauen, dass sie von innen leicht geöffnet werden konnte. Der leiseste Druck auf einen langen Hebel, der tief in die Grabkammer hineinreichte, ließ die eisernen Tore auffliegen. Auch traf ich Vorsorge, dass Luft- und Lichtfreien Zutritt hatten, und dass dicht bei dem Sarge, der mich aufnehmen sollte, Gefäße für Speise und Trank bereit standen. Der Sarg selbst war weich und warm gefüttert mit einem Deckel versehen, der nach Art der Grufttür eingerichtet war, nur dass hier schon die leisesten Körperbewegungen genügten, um den Deckel zu lüften. Überdies hing von der Decke der Grabkammer eine große Glocke herab, deren Seil durch ein Loch im Sarge hineinführte und an der Hand der Leiche befestigt werden sollte. Aber ach, was vermag alle Vorsicht gegen das Schicksal? Selbst diese wohlbedachten Maßregeln vermochten nicht, einen Unglücklichen, der dazu vorausbestimmt worden war, vor den unerhörten Schrecken des lebendig Begrabenwerdens zu bewahren. Es kam eine Zeit, da ich, wie schon so oft, aus völliger Bewusstlosigkeit, zum ersten schwachen Daseinsgefühl wieder erwachte, langsam, Schnecken langsam, Dämmerte meiner Seele der Tag, träge Unbehaglichkeit, dumpfes Schmerzgefühl, keine Sorgen, kein Hoffen, kein Wollen, dann nach langer Pause Ohrensausen, dann nach noch längerer Pause ein stechendes, prickelndes Gefühl in den Gliedern, dann eine ewig lange Zeit frohen Behagens, während das erwachende Bewusstsein nach Gedanken ringt, dann ein kurzes Zurücksinken ins Nichts, dann wieder plötzliches Erholen, endlich leises Erbeben der Augenlieder, und gleich darauf ein Schreck wie ein elektrischer Schlag tödlich und endlos, der das Blut von den Schläfen zum Herzen peitscht, und nun der erste positive Versuch zu denken, und nun der Versuch sich zu erinnern, und nun habe ich das Gedächtnis so weit zurückerlangt, dass ich mir in gewissem Grade von einem Zustand Rechenschaft geben kann, ich fühle, dass es nicht ein gewöhnlicher Schlaf ist, aus dem ich erwache, ich entsinne mich, einen kataleptischen Anfall gehabt zu haben, und nun überflutet meine schaudernde Seele wie ein rasendes Meer, die eine grausige Angst, der eine gespenstische und herrschende Gedanke, Minutenlang, nachdem diese Vorstellung mich erfasst, verblieb ich regungslos, und warum? Ich konnte den Mut nicht finden, mich zu rühren, ich wagte nicht, die Bewegung zu machen, die mir mein Schicksal offenbart hätte, und dennoch flüsterte eine Stimme in meinem Herzen, es ist so! Verzweiflung, wie keine andere Lage sie schaffen kann, Verzweiflung veranlasste mich nach langer Unentschlossenheit die schweren Augenlider zu heben, es war finster, ganz finster, ich wusste, der Anfall war vorüber, ich wusste, die Krise meiner Krankheit war lange vorbei, ich wusste, dass ich jetzt den vollen Gebrauch meines Gesichtssinnes wiedererlangt hatte, und dennoch war es finster, ganz finster, die tiefe Dunkelheit ewiger Nacht. Ich versuchte zu schreien, und meine Lippen, meine verdorrte Zunge mühten sich vereint und krampfhaft, aber keine Stimme entrang sich den hohlen Lungen, die, wie von Berges Last bedrückt, bei jedem mühevollen Atemzug gemeinsam mit dem Herzen grausam aufzuckten, die Bewegung der Kinnbacken bei der Anstrengung des Rufenwollens zeigte mir, dass sie von Kinn zu Kopf mit einem Tuch umwunden waren, wie das bei Leichen zu geschehen pflegt. Auch fühlte ich, dass ich auf etwas Hartem lag, und auch meine Seiten wurden von etwas Hartem eingeengt, bis jetzt hatte ich nicht gewagt, ein Glied zu rühren. Nun aber warf ich heftig die Arme empor, die bisher mit gekreuzten Händen dalagen. Sie berührten eine feste Holzmasse, die sich über meinem Körper in einer Höhe von kaum sechs Zoll hinzog. Ich konnte nicht länger zweifeln, dass ich im Sarg lag. Und nun, inmitten all meines namenlosen Elends, nahte sich mir der süße Engel der Hoffnung, denn ich dachte an meine Vorsichtsmaßregeln. Ich rührte mich und machte krampfhaft Versuche, den Deckel aufzuzwängen. Er bewegte sich nicht. Ich suchte an meinem Handgelenk nach der Glockenschnur, sie war nicht zu finden, und nun entfloh der Tröster für immer und eine noch tiefere Verzweiflung gewann die Oberhand. Ich bemerkte, dass die von mir gewünschte Polsterung fehlte und in meine Nase stieg der eigenartig herbe Geruch feuchter Erde. Die Schlussfolgerung war unumgänglich. Ich befand mich nicht in der Gruft. Ich war während einer Abwesenheit von Hause unter Fremden von einem Anfall ergriffen worden. An ein Wann oder Wie wußte ich mich nicht zu entsinnen, und diese Fremden hatten mich begraben wie einen Hund in irgendeinen Sarg gesteckt, den sie vernagelt und tief, tief und für immer in ein gewöhnliches und namenloses Grab gesenkt hatten. Als diese grässliche Überzeugung sich im geheimsten Fach meiner Seele gebildet hatte, versuchte ich von neuem laut aufzuschreien, und dieser zweite Versuch gelang. Ein langer, wilder und anhaltender Schrei, ein Todesgällen echote durch die Reiche der unterirdischen Nacht. Hallo, hallo, was gibt's? gab eine raue Stimme zur Antwort. Was zum Teufel ist denn los? sagte eine zweite. Raus mit euch! sagte eine dritte. Was soll das heißen, dass ihr losheult wie ein Kettenhund? sagte eine vierte. Und hierauf ward ich ergriffen und minutelang unsanft von einer Gruppe wüstblickender Gesellen geschüttelt. Sie holten mich nicht etwa aus dem Schlaf, denn ich war hellwach, als ich schrie, aber sie setzt mich wieder in den Besitz meines Gedächtnisses. Dieses Abenteuer ereignete sich in der Nähe von Richmond in Virginia. In Begleitung eines Freundes hatte ich eine Jagdexpedition an den Ufern des James-Clusses unternommen. Die Nacht kam und ein Sturm überraschte uns. Die Kabine einer kleinen Schaluppe, die im Strom vor Anker lag und mit Gartenerde geladen war, bot uns den einzigen Schutz. Wir behalfen uns also, so gut es ging und verbrachten die Nacht an Bord. Ich schlief in einer der zwei einzigen Kojen, die das Schiff aufzuweisen hatte und die Kojen einer Schaluppe von 60 bis 70 Tonnen sind in ihrer Kleinheit kaum zu beschreiben. Die meinige hatte überhaupt kein Lager, ihre größte Breite betrug 18 Zoll. Die Entfernung vom Boden zum Dach war genau dieselbe. Es wurde mir sehr schwer, mich hinein zu zwängen, trotzdem schlief ich fest und meine ganze Vision, denn es war kein Traum und kein Alb, entsprang natürlich den eigentümlichen Umständen meiner Lage, meinem gewohnten Gedankengang und der erwähnten Schwierigkeit, unter der ich litt, meine Sinne zu sammeln, besonders nach langem Schlaf, das Gedächtnis wiederzuerlangen. Die Männer, die mich schüttelten, waren die Bemannung des Schiffes und ein paar Ladearbeiter. Von der Last selbst rührte die Erdgeruch her, das Tuch um die Kinnladen war ein seidenes Taschentuch, das ich mir in Ermangelung meiner gewohnten Nachtmütze um den Kopf aufgeschlungen hatte. Die erduldeten Martern aber waren unzweifelhaft jenen des lebendig Begrabenseins völlig gleich. Sie waren schrecklich, sie waren unsagbar grauenhaft, doch der schlimme Umstand hatte eine günstige Folge. Meine Seele bekam Ruhe und Haltung. Ich ging auf Reisen, ich unterwarf mich körperlichen Anstrengungen, ich atmete freie Himmelsluft, ich dachte an andere Dinge als den Tod, ich entfernte meine medizinischen Bücher. Wuhan verbrannte ich, ich las keine Nachtgedanken, keine bombastischen Kirchhofsmärchen und Schauergeschichten wie diese hier. Binnen kurzem wurde ich ein neuer Mensch und führte ein männliches Leben. Seit jener denkwürdige Nacht verlor ich für immer meine Todesgedanken und mit ihnen verschwanden meine kataleptischen Zustände, von denen sie vielleicht weniger die Folge als die Ursache gewesen waren. Es gibt Augenblicke, wo selbst dem klugen Auge der Vernunft die Welt unseres traurigen Menschen-Daseins als Hölle erscheint. Aber die Fantasie des Menschen vermag ihre ewigen Grüfte nicht ungestraft zu durchstreifen. Wehe! Die grausigen Legionen der Grabschrecken sind keine Hirngespinste, doch gleich den Dämonen, in deren Gesellschaft Aphrasiab den Oxus hinabschiffte, müssen sie schlafen oder sie verschlingen uns. Muss man sie schlummern lassen oder wir gehen zugrunde. Untertitelung im Auftrag des ZDF, der 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 ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020